Euer Janosch und herzlich willkommen zu einer Clan-Kriegsaufnahme. Heute will ich nämlich meinen Clan-Krieg im Angriff machen. Ja, voll gedeutscht. So, dann werde ich mal schauen. Ich werde versuchen hier meinen Schweinereiter zu setzen, damit die Clan-Burg gelockt wird. Und ansonsten habe ich Go-Wipe mit Farm-Truppen. Zauber habe ich leider einen zu wenig, aber egal. Und dann würde ich sagen, angreifen. So, Schweinereiter. Gut. Schön. So, dann nehme ich jetzt den Giftzauber. Und jetzt singen wir genau dahin. So. Laura, ich bin here. Ja. Und da, wie schon seit七 Jahren. Guck mal, guck mal, das ist so richtig. Ah, ah, ah. Dann müssen sie Nummer eins das wieder ausprobieren, dann ist das nicht mehr mein Problem. Scheiße. Scheiße was, richtig Scheiße. Dann müssen sie Nummer eins das wieder ausprobieren, dann ist das nicht mehr mein Problem. So, die anderen drücken, laufen schön, ausgeruhen. Ja, okay, die 50 Prozent werden, da werden wir auch nicht. Ja, wir kommen nicht ins Lotto. Oh, da oben sind die Puppe. Ja, nicht. Ja, da ist jetzt mal ein Schiefer, da kann man sich öffnen. Aber dann, so, die Bohnen laufen jetzt mal raus. Let's nicht mehr rein, da sind die Bassesfläche vor. So, der Kessel da kommt dann noch ein bisschen raus. So, der Kessel da kommt dann noch ein bisschen raus. Let's nicht mehr rein. Dann nehmen wir den Kessel daавll noch da auch nichts mehr rauskennen. So, der Kessel da fällt. So, der Kessel da. So, das war eine French-Kessel. Aber dann, so schnell bin ich jetzt mal, wo er sich so kam. ich habe gleich schon von anfang an gewusst den den angriff verkackt ja den angriff falsch verkackt das wusste ich schon gleich ach man ich finde so eine breite base die geht viel schlechter wie zum beispiel so eine weil hier kannst du schön locken hier hast du alles so auf einem platz sitzen da kannst du richtig schön angreifen aber ich weiß auch nicht ja dann wird in zweiten angriff aus ich glaube dann nee ich nehme diesmal drei packen mit Und... Magia... So. Zauber! So. Und dann würde ich sagen... Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Clash of Clans. Und das wird dann der zweite CW-Angriff. Und dann würde ich sagen... Ciao!